Jetzt noch ein Song, Freunde, wir sind ein bisschen aus der Zeitbahn raus, weil der Klon überzogen hat. Und ich habe gesehen, der hat auch in seiner Kiste ein Wetter drin eine Uhr, wo er quasi genau weiß, wie lange er noch hat. Ich stelle jetzt einfach mal eine halbe Stunde zurück, damit das nachher funktioniert. Das ist so, damit das nachher nicht kämpft, das heißt, der Klon ist auf jeden Fall, wenn er jetzt kommt, eine halbe Stunde zu spät. Bitte seht es die Lagen, da kann ich es dafür, der Zeitmesser ist verstellt. Jetzt wollen wir noch ganz kurz, bevor wir da eine Pause gehen, noch ein bisschen die Sonne aufgehen lassen. Wir hatten heute schönes Wetter und jetzt sagen wir uns, die Sonne ist weg, deswegen holen wir sie jetzt für euch wieder rein. Wichtig ist, wenn wir jetzt so Summer- und Schrankfeeling reinbringen, ein bisschen Urlaubsfeeling hier im Kaufpark, dann können wir direkt danach auf diesen Pfeil gucken hier, Kreiseland, könnt ihr sofort umsetzen, was ihr jetzt gleich hier auf der Bühne sehen werdet, im kleinen Urlaub, im Südenburg, im Berge Südburg zum Beispiel, ist ja schön. Das heißt, einfach mal dort vorbeischauen, im Kreiseland, aber jetzt erst mal mit den Augen hierbleiben. Seid ihr bereit für die Sonne? Okay. Oh, come on over have some fun, au-dancing in the morning san, Untertitelung des ZDF, 2020